Mein Name ist Markus-Antonio Schwind. Ich habe in Heidelberg bei DRIWA die Ausbildung zum Orthopädie-Technik-Mechaniker gemacht. Ich habe mich für die Ausbildung entschieden, weil sie sehr vielfältig ist. Man hat sehr viel handwerkliche Arbeiten, aber auch Kontakt mit anderen Menschen. Der Betrieb als DRIWA deckt eigentlich alles ab von der Orthopädie-Technik über Sanitätshaus bis hin zur Reha-Technik. In der Orthopädie-Technik, wo ich stellpunktmäßig eingesetzt bin, liegt der Fokus auf der Versorgung von Kindern. Markus hatte den Riesenvorteil, dass er eben in Heidelberg auf die Berufsschule gegangen ist. Andere Betriebe haben da nicht den Vorteil. Markus hat sich super ins Team hier integriert, ist ein wichtiger Mitarbeiter geworden und wir sind froh, dass er bei uns ist. Heidelberg als Standort ist deshalb interessant für uns, weil Heidelberg einen sehr guten internationalen und überregionalen Ruf als Medizinstandort hat. Und einen Großteil der Mitarbeiter rekrutieren wir durch eigene Ausbildung. Am meisten Spaß gemacht hat mir das Arbeiten im Team und das Arbeiten mit und für andere Menschen.